Ich kann einfach keinen Harvester bauen. Achso, ich nehme die falsche Axt, vielleicht kann das sein. Weil die einfach exakt gleich aussehen. Brauchst du eine Goldachs, meine ich. Nein, ich brauche eine Inva-Axe, das war mein ganzes Problem. Achso. Ohne Witz, mir reicht es langsam echt. Das hast du jetzt schon mehrfach gesagt. Ja, weil ich kein Arsch sein will und einfach gehen will, aber ich verdammt müde bin. Ja, entlassen werden will ich nicht. Und jetzt ziemlich bald gehen wird. Machen wir es so, sobald wir den Autonomous Activator haben. Machen wir Schluss. Also wahrscheinlich gar nicht, weil bei deinem Glück kriegst du nie wieder einen Diamant. Ja, helft mir halt, aber dann geht es schneller. Ich werde dir dabei aber nicht helfen. Ich habe es auch nochmal bekommen. Woher würde eigentlich die Exo-Destream haben? Ja, die hast du doch bekommen. Die habe ich dir rausgelegt, in die Woodchist. Achso, in die Kiste, okay. Eine Spiked-Pick. What the fuck? Jagged Stonebound Sonic. Ich bin fast nicht. Nö, das war alles in Ordnung. Nur die Zombies, darf mich ein kleines, kein wenig. Das ist ja gut. Es gibt irgendwie auch sonst Schafe. Was? Wir haben ein Schaf und ein Schwein. Sehe ich nicht. Was? Geil. Werde ich angezeigt, okay. Alle Schweinen. Na ja, nur eins jeweils. Na, der Rest kommt noch. Gutes Zeichen. Na dann. Ich habe mich jetzt die Überlegung, ob das ein Modifier-Platz zukriegt, wenn ich es mal dahin gekriegt habe. Ich glaube schon. Diese Zombies. Sind nichts zu brauchen. Ich habe Hunger hier oben gleich. Ich habe einen Ender-Männer angegriffen. Ja, was? Bereust. Ich komme ja schon. Ich brauche dich. Wo denn? Über mir. So. Warte, jetzt ist er hier. So. Gar nichts. Okay. Schon komisch, wie wenn man plötzlich unten ankommt, die letzten sechs Blöcke lautlos abbaust. Ich brauche was zu futtern. Ähm. Ich glaube, du hast was falsch gemacht, hm? Was? Was zum Teufel war das? Weiß ich nicht. Was hast du im Kampf gehalten? Das war Simon. Nein. Nein, nein. Ich kämpfe schon mit Magie noch nicht aus. Ja, ja. Wer hat es mir da in die Falle gelegt? Wer hat davon geredet? Das ist mir vorgegeben. Aha. Also offenbar ist hier irgendwo ein Boss. Nehme ich jetzt einfach mal so an, weil mich hat es ja gerade auch erwischt. Oh. Das war nicht gut. Warte, ist das Taint? Was? Wo? Da war gerade irgendwo so ein lila Schleim. Oh mein Zeug. Warte, da kriegst du. Oh. Boah. Sachen ey. Ah. Und Regen. So. Und noch mehr Spaß. Warte, ich schmeiß ihn mal innen rein. Nein. Okay. Oh, jetzt sieht sich oben. Das hier oben sieht unser Map echt cool aus. Bitte? Das war es, glaube ich, oder? Ja. Und was war so, was sah cool aus? Die Map von hier oben von uns. Sieht von hier oben echt cool aus. Ist ja klar. Und noch ein Kopf für die Wand. Hey, ich habe auch einen Kopf, endlich. Gut. Du hast mein Gravel. Kann das sein. Boah, ne? Hm. Nein. Warsch. Ich habe fünf Kabel, aber das war's. Wie gesagt, du kannst mir gerne helfen, dann können wir früher Schluss machen. Viel zu kaputt. Du brauchst doch einfach nur mal rechtsklick halten, oder nicht mehr mehr das. Nein, das ist viel zu schwer. Darf ich nicht mehr. Es gibt hier Leute, die noch arbeiten wollen. Ja, ja. Kann man eigentlich mit den Tinker's Constructs, äh, Bögen auch, ähm, normale Arrows schießen, oder muss man da auch die eigenen benutzen? Ne, man kann, glaube ich, auch normale schießen. Aber die eigenen wären natürlich bevorzugt worden, die man da hast. Okay. Warte, wie viel Creeper wollen da noch spawnen? Nicht genug. Juhi. Die machen Spaß. Keine Ahnung, was soll auch so toll sein, so Berlin, ne? Ja, wenn du hochspringst im richtigen Zeitpunkt, dann schleudert es dich weg. Ja. Diese Mäse multipliert bei der Sache. Erst immer. Du wirst ja in welcher Situationen es sind. Hui. Habe ich der Mann? Nein, ich habe noch keinen hier. Also, weiter. Dann kümmere ich mich eben mal ums Feld. Ich kümmere mich weiter an meine Axt. Hab's ja fast. Der Mais ist ja voll mäßig. Warum macht der denn überhaupt? Weiß ich nicht. Weil man daraus Tacos machen kann. Kann man. Weiß ich nicht. Also irgendwas wird man daraus so machen können. Weil es nur Popcorn ist. Popcorn Tacos. Ja. Ich meine, man kann sich auch schon mal um Inva kümmern. Oder haben wir da noch was? Mhm. Ich hoffe, wir brauchen noch nie wieder wirklich Inva und finden, wenn, dann eine andere Möglichkeit. Die Möglichkeit, die ich habe, ist echt suboptimal. Ich brauche halt jetzt zwei Inva Ingots. Wofür? Für einen Otterner, das Act Vader. Ja. Und da ist ja noch ganz viel Gravel. Inva, Inva, Inva. Keiner da. Keiner da, wie's aussieht. Okay. Doch, da ist auch eins. Also wie ist das, hast du gemacht? Zwei Nickel zusammen? Oder wie? Ja. Im Ofen, oder wie war das? Nee, nee. Also die beiden, ähm, Nickel habe ich eingeschmolzen. Und zu einem Ingot gemacht. Ja. Weil das ein Ferris Ingot wird. Und das habe ich dann pulverisiert. Das halbiert zwar im Prinzip den Outcome, aber da kann ich nichts gegen tun. Ja. Und reicht, da habe ich halt zwei Nickels bei Eisen. Dazu ein Nickels bei Eisen. Ja. Und ne Klammer ist mehr als genug. Und irgendwie. So, ich habe Autorepair drauf. Ja. Eins oder zwei? Eins. Weil ich nur einen, ähm, den Forstenplatz hatte. Aber Autorepair 1 reicht eigentlich auch locker. Naja. Okay, ist doch so. Hast du gesagt? Ja, es war gar nicht jemand. Wundervoll. Das war nicht so. Ich hätte jetzt nur noch Haste dazu gekriegt, ne? Damit ich es jetzt noch schneller. Okay. Oh, ein Auto dort. Oh, schön. Wir müssen uns die Cripper vor dem Hals halten. So, Pisten, 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 wo ist denn der gelandet? Ja, da fehlt noch eine Kiste. Ich bin mal kurz im Klo. Ja, ja. Gute Nacht. Ich bin mal kurz im Klo. 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 Die liegen beide in der Study Chest. Achso. Die ist zwar anders, aber egal. Strongbox. Oh, ja. Ach, bin ich der einzige, der rausgekriegt wurde. Wie nett. Einmal. Ich habe irgendwie dieses große Bedürfnis, die Invarbrustplatte einzuschmelzen. Geht nur einfach. Geht glaube ich gar nicht. Geht nicht? Ich meine nicht, ne. Da brauch ich's ne Blast für anders für. Ehrlich? Geht das hier drin nicht? Ich kann ja einfach mal testen, ne? Naja. Ach, komm. Also ich brauch, ja, mehr Eisen. Genau. Und Samarathon hier, ne? Mhm. Wie lange? Siebeneinhalb Stunden. Böder. Böder. Nicht mehr lang, dann haben wir's. Ach, genau. Ich werd nachschauen, ob... oder wie ich mir den Bogen machen wollen würde. Okay. Mordbau. Ähm, haben wir... Ah, ja. Ah, er fand irgendein Material. Recht viel. Dann können wir's gleich ein Tool Forge machen. Was? Eine Tool Forge. Drei Tool Rods und ein Bowstring. Eigentlich braucht man nur zwei Tool Rods, ne? Hm. Was, wofür? Was? Ja, kann sein. Also einmal Cactus auf jeden Fall. Ist ja am liebsten Papier, aber das geht ja nicht. Aus irgendeinem Grund. Haben wir's jetzt? Danke. Bei... Da, Engels. Puh, so. 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 Das heißt, das Ding sollte jetzt automatisch... durchgehen. Jo. Schön. Bisschen langsam. Äh, ja. Ich glaub schneller geht's, ne? Ich guck grad. Ja, mit Alpha kann man's halt parallel laufen lassen. So. Egal, damit haben wir alles. Aber wie einfach auch im Wiki irgendwo steht, wie, ähm... ...man einen Paper Rod macht, ne? Ich schätz, das ist verbuggt. Denk ich auch, ja. Weil, machen können wir's ja, bloß es kommt ein Slime-Binding raus, was total anonsons ist. Egal, wenn du nachguckst, Paper Two Rods, geht's ja. Ja, ich weiß, ich höre nur nach. Also, bei mir was kann man's Schluss machen. Jo. Im größtenteils reicht, was wir wollten. Lauf dir halt. Ich mach noch irgendwann eine offene Quest. Ich glaub ich hab inzwischen alles geclaimt. Jo, ist alles geclaimt. Wunderbar. Na dann. Tschö. Tschö. Wenn's zwischendurch was leiser war, ja, sieben Stunden. Das erste Mal.